Willkommen zurück zu Animal Crossing White World. Ich hab grad selbst gemerkt, dass es schneit. Das ist ja mal richtig episch. Wir machen mal Continue. Und spielen wieder unseren geilen Simon. Hallo, ich bin Simon und ich hab kleine Eier. Ähm... Ja. Erstmal Schnee in Animal Crossing. In Part... Keine Ahnung. Das ist schon wieder zu lang her, dass ich mir das merken könnte. Ich bin noch etwas müde, aber ich wollte es einfach mal aufnehmen, weil ich cool bin und... Irgendwer nicht, aber trotzdem. Wo ist eigentlich meine Maus? Ach da. Auch nicht der Typ. Na, obwohl... Der gibt uns jedes Mal, wenn wir von der Biene gestochen werden, also... Ähm... 100... Also er ist so wie so eine Unfallversicherung oder so. Deswegen machen wir einfach mal Vertrag mit ihm. Wir müssen nichts bezahlen, gar nichts. Aber es nervt halt immer, wenn man von der Biene gestochen wird, dann kriegt man immer 100 von ihm. Das ist eigentlich gar nichts, aber... Besser als nichts, ne? Und wir haben ja Post bekommen. Und es schneit! Und es ist mal nicht dunkel, haha. Mal komm, wir werden springen die Kacke jetzt hier. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday, wenn immer von mir die Mitte, die goldene Mitte. Blablabla... Oh, was müssen wir denn da alles, äh... Warum rastet ihr so aus? Warum müssen wir das alles beantworten, hallo? Ich will ja nur einen Vertrag abschließen, lass mich in Ruhe. Woah... Na, wird mal zuschne Stimmen möt's schon passen. Was? Nee, bestimmt nicht. Du kriegst von mir keine 3.000. Nee, das kannst du vergessen. Nee, 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 nee. Kannst du mal aufhören? Nein, du kriegst ihn nicht von mir. Lass mich in Ruhe. Boah, Leute, ey. Das ist wirklich... Irgendwie, wenn es um Geld geht, dann wählt er in Animal Crossing und man klickt Nein, man hat die Auswahl. Nein. Und wählt Nein, dann spricht er dasselbe und man darf... Man kann nur mit Ja antworten, aber ich will jetzt natürlich 3.000 den geben. Aber müssen wir, wir haben ja keine andere Wahl. Das spielst du für den Arsch, ey. Drecksscheiße. Hallo, ich will dir nicht mein Geld ausgeben mit dem Scheiß. Und dann wohl, wenn wir uns jetzt schon 30 Mal verletzten von der Biene, haben wir das gerne, ich will es zurückbekommen. Aber trotzdem. Ach, du bist doch ein Arschlo. Da müssen wir jetzt auf die Geldfarm gehen. Penner. Ich hatte das aber nicht in Erinnerung, dass das 3.000 kostet. Das ist mir irgendwie neu. Post. Ein Geschenk? Lull. Was hat denn unsere Mom denn... Ist doch immer das Falsche, ne? Kann das sein? Egal. Lieber Simon. Lieber Simon. Ich erinnere mich, kakao, kakao. Kakao. With you and you're dead. With you and you're dead? Ach so, ach sie erinnert sich daran. Ach so, ja okay. Ich kriege wieder so eine Kastanie oder so. Ja, dann wieder nachhaft. Open. Apfel. Das ist sehr gut, Leute. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir nämlich eine neue Frucht in unserem Dörfchen oder in unserer Stadt. Die bringt uns 500 und da können wir immer weiter verpflanzen. Wenn sie halt eingeht, dann habe ich Pech gehabt. Das ist ein bisschen doof, aber ich hoffe mal darauf, dass das was wird. Wir sind zu einem guten Ort und einen guten Platz, wo wir das einpflanzen können. Irgendwo. Wo ist denn genug Platz? Wo könnte man einfach mal so einen Apfel reinpflanzen? Ich würde sagen, so hier ums Rathaus. Oder um mein Haus, würde ich sagen. Um mein Haus. Kann ich die anderen Bäume mit der Axt fällen? Geschweige denn, wenn wir mal eine bekommen würden. Nein. Ich kriege nie eine Axt. Das ist voll kacke, ich will eine Axt haben. So, pflanzen wir den jetzt mal hin. Ich würde sagen, hier pflanzen wir den einfach mal hin und wir hoffen, dass er nicht eingeht. Zieh das mal bitte raus. Kannst du mal bitte rausziehen. Hallo? Danke. Wir pflanzen den jetzt hier ein. In der Hoffnung, dass er nicht eingeht. Also auf gut Glück, ne? Tape Deck, das können wir verkaufen. Das ist das Radio. Gut. Dann machen wir das mal. Ich hoffe mal, hier geht der nicht ein. Wir pflanzen hier ein. Wenn der Gießkanne hätte, kann man das nochmal so verstärken, dass sie nicht eingehen. Aber ich habe gerade keine. Ja, genau. No. Wie dumm. Du sollst das nicht zumachen. Du doofar. Und dann wäre ich jetzt hoffentlich ein Apfelbaum im Winter. Ich weiß ja nicht. Ich hoffe es einfach mal. Gehen wir erst mal zu Tom Locke. Wir kaufen dann das Radio und dann gucken wir mal, was die beiden so haben. Einen Tisch. Den könnte ich mir mal nehmen. Der kostet bestimmt wieder irgendwas mit 4000 Euro. Es gibt leider keine neue Werkzeuge. Was ist denn das andere für eine Pflanze? Mal kaufen. 175. Wow. Das ist richtig viel. Aber können wir jetzt ein Eis kaufen? Die kosten in Animal Crossing bestimmt zu viel. Auch wenn es keine Eis gibt. Äh. Oh, ein Weihnachtsbaum. Brauche ich aber nicht. Einfach nur Müll. Pine Table. 2280. Ich würde sagen, wir farmen uns halt ein paar Früchte verkaufen. Die und dann können wir uns den Tisch leisten und kaufen. Ne? Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Sooo. Aber nochmal nicht schneller rein. Was habt ihr jetzt zu verkaufen? La 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 Ne, 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 c'est sich wieder Man hört ja mal so leise im Hintergrund bei der Musik so ein Rascheln, so Weihnachtsrascheln, das find ich sehr schön Equipment, nehmen wir erstmal ab Wir haben ja unser selbst kreiertes, schönes T-Shirt Ich kann nicht das nochmal machen jetzt hier Wie war das denn gleich nochmal? Z C Wie kann man nochmal rascheln? Wie kann man nochmal rascheln? Oh, auf X, okay Wir wollten jetzt eigentlich Früchte holen, die nehm ich mir auch gleich mal mit Bring immer schon 100 pro Stück, das ist eigentlich ne ganz ordentliche Zahl Wenn man eine ganze Inventar von mit, ähm, exotischen, sag ich jetzt mal, Früchten hat Dann kriegt man 7500 für alle Das ist schon wow Die fallen auch immer anders, wenn was ein Weg ist Ich glaub bei Animal Crossing auf, ähm, Nintendo Gamecube Konnten die sogar Ähm, in, in so ein Gebüsch reinfallen und dann sind's verschwunden oder so Oder Unkraut Was sieht hier so verkorkst in der Stadt aus, ey Gibt's gar nicht Wie viel Platz hab ich denn noch? Okay, ich hab keinen Platz, wo wir grad nachgucken Lass mal liegen Das war mein Kack-Handy, du Scheißding Halt mal die Schnauze, bitte Danke Kack, Akku leer Nichts ist Akku leer So Das können wir verkaufen Willkommen, Willkommen, bitte Du fühlst mir wie zu Hause Äh, äh Verkaufen, verkaufen Nein, das ist echt nicht verkaufen Gebt mir wieder, bitte Danke So Das müssten Ein, äh 2100 bringen 1100 Okay, ich kann nicht rechnen Ach, nur 100, nicht 500, stimmt Ach, ich bin dumm Ich hab den Tisch her Ich kann mir den jetzt leisten Ja Ah, ja Also eigentlich in unser Haus rein Und wir sollten irgendwann mal eine Kredita bezahlen Aber ich hab kein Geld Also weil dann unser Apfelbaum gewachsen ist Können wir den mal drei teilen Und dann nochmal einpflanzen Dreimal Genau, einmal dreimal einpflanzen Und Ja, dann können wir damit schon Geld verdienen Wie ne Geld, geil Du verpiss mich mal bitte Die hat mir 3000 abgenommen Und ich mag ihn nicht mehr Geht sterben Wie will ich keine Kakelaken in meinem Haus haben Die seit ich in meinen Haustiere Ich hab andere Haustiere Zum Beispiel in den Schrank So, ähm Der Platz ist klar Hier vielleicht hin Wie groß ist der denn bitteschön Oh Der ist jetzt auch ein bisschen größer Verlappend Das ist jetzt nicht so gut Dass der so groß ist Der ist ja fast so groß in meinem Haus Ja, toll Und jetzt? Jetzt hab ich keinen Platz mehr Hm Ich Drück den jetzt mal nach da Jetzt zieh ich ihn einfach nach da Schon haben wir genügend Platz eigentlich Wir können das T-Set Hörst du mal auf zu piepen, du kack Ding Ich stell dich jetzt aus, mir reicht das Mir reicht das, mir reicht das, das scheiß Ding, ey Tschüss T-Set Und hier kommt Ähm Okay, das war doch schon mal nicht Was ist das? Ist man noch? Nein Wir können das ja mal so machen Ich hab da mal Es kommt zwar eh keiner in unser Haus Aber so zum Schutz Somit man halt nicht einfach hier in den Raum reingehen kann Kann man halt immer so wegschieben Ist so ein bisschen Das sag ich jetzt mal so Ist nicht so toll Aber was soll's Das Haus wird ja später Ganz anders aussehen Also so wie's jetzt aussieht Das sieht ja eher nur aus Jux und Tollerei Dass es einfach nur irgendwie kack aussieht Aber Schon ein bisschen lustig So Genau Drehen wir mal So Was hatten wir noch? Das war's auch glaube ich schon, oder? Nee, wir hatten noch was Wir hatten noch was Was haben wir denn noch gehabt? Und Achso Das Können wir auch vielleicht Ich weiß ja nicht, ob man das auf den Tisch stellen kann Ich hoff's mal Ich hoff's mal Kann man das auf den Tisch stellen? Können wir nicht auf den Tisch stellen? Ja, kann man Ja Kann man den Tisch jetzt drehen? Ja, kann man Aber das ist ja scheiße Licht aus Und nach draußen Wieso hat das gerade ein Geldkreuz gemacht? Fragezeichen War da nicht gerade ein Fischi? Fisch? Warst du nicht da gerade? Nein, Simon Ich fahrrad nicht im Wasser Okay Ich will hier scheiße rum Und mach nichts Ich würde sagen, wir klauen uns einfach mal Auch wenn das kein Geld bringt Das ist einfach ein bisschen kacke Ich such einfach mal erstmal ein paar Löcher Da müssen irgendwo ein paar Löcher sein Ah, die will was von mir Kinder gibt's jetzt später Oh, well Hier war It's Simon Ypsilon Now I'm getting Kinda Bored with my Catch Fairs Teach me And you Catch Fairs Äh Tee Mon I can't keep saying Lil Herr Das sagen wir alle Alle klein Und das Stand Wow, Simon You're so good Well What's To To Daily Great Ach, was sie mal sagen soll Was sie mal sagen soll Sie sagt immer Wartet Let's Player Pass Nicht Nee Let's Play Let's Play Pass So Was Ja Cool Nein Ach, ich hab das Y vergessen Ähm Hier Let's Play Let's Play Let's Play Let's Play Let's Let's Play Wow Let's Let's Simon Äh, er fängt's Nicht Witz Ich bin's Nicht Äh Now I Sound Like Today Different Girl Let's Play Kann man irgendwie jetzt dreideutig sehen Äh, dreiseitig sehen Entweder, entweder sie meint Let's play Ähm Im Bett Entweder sie meint Let's play Also vom Let's playen Oder sie meint einfach Lass uns spielen Grünt Das kann man dreideutig sehen I Tell To Let's play Es Er ist ja auch einfach nur im Lassen zu spielen Deswegen Komm Vermeert FISCHI 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 Ich hasse die Fische, die sind so Strohlofen, ne? Das gibt's gar nicht. Komm, 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 komm. Na. Uh. Voll abgeworfen. Oh, du bist doch doof, du Kackfisch. Hier bin ich. Komm, komm. Spannung pur, aber jetzt. Und wir haben ein... Blue Gill gefangen. War das jetzt auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Blue heißt blau, Gill heißt... Column. Hahaha, sehr lustig. Ich könnte wieder lachen, ey. Dreckskinder, die hierher fallen einfach... Oh, das ist die letzte Falle von letztem Mal. Äh, ja, ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Haus speichern und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Du gehst mal weg, Peter Zwegert. So, das war's mal wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, Leute. Bis dann direkt. Bis dann. Alois. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020